Wenn du jetzt in deine Hände hustest, kommen die ganzen unsichtbaren Viren auf deine Hände. So viele Viren. Und leider übertragen sie sich so schnell. Wenn du etwas berührst, dann verteilen sich die Viren. Nun waschen wir die Hände nur mit Wasser. Nur Wasser hilft leider nicht. Es bleiben einfach unsichtbare Viren über. Darum ist es so wichtig, die Hände gut mit Seife zu waschen. Richtig gründlich müssen die Hände gewaschen werden. Richtig gründlich. Richtig gründlich. Und was sind deine Hände jetzt? Sauber.